hallo willkommen zurück bei bussimulator 16 was bin ich letztes mal gefahren das lange davon wurde noch nicht gefahren wieso stift oder mal 14 fahre diese strecke sobald du kannst mache ich doch dann machen wir es mal dann fahren wir mal los 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 fahren wir jetzt mit dem bus bus ja geht schon los ich habe heute meine tabletten noch nicht genommen und es regt jetzt schon wieder warum kann es niemand echt regnen hier schweinheiß 33 grad waren es heute das kotzt mich an ich mag lieber regen und eiseskälte will jemand rüber nein will keiner rüber keiner rüber will da jemand oh gott ein haufen leute das ist eigentlich auch wieder gut ne dann können wir hier viele fahrkarten verkaufen ganz ganz viele hauptsache kein rollstuhlfahrer können sie mir eine normale fahrkarte für den rest der woche geben ja natürlich ähm ja genau eine fahrkarte eine fahrkarte wünsche ich auch natürlich so möchte keiner mehr gut dann fahren wir mal weiter nicht dein ernst was ist denn los nix sieht echt düster aus also das update vom bussimulator 16 ist noch nicht gekommen das dauert noch ein bisschen aber sobald es kommt werde ich das euch sagen toll zu spät oh man okay muss mich wieder beeilen oh man so ein bisschen schneller jetzt natürlich gern geschehen leck mich ja sehr gut so jetzt jetzt können wir weiter oder ne kann man nicht jetzt können wir weiterfahren blöde Tür okay stiftgasse ich hoffe ich komme an ne ich mag aber rasen ich habe keine Zeit sonst komme ich wieder zu spät ich habe ein bisschen Angst um die Bäume könnten umstürzen ja ich komme gut an oh jetzt so jetzt Nächster Halt St. Martinsstraße Süd Alles klar Sollte bremsen Okay So, ihr Zwillingsschwestern 2,20, gut Normale für den Tag, okay 6,60 Sind es 3,40 Danke Einen schönen Tag Ich bin zu Sind sehr nett heute Die Leute Sehr nett Nächster Halt Goethestraße Ost Na komm Fahrt Es ist grün Kommt schon Kommt schon Gut Ich hoffe ich bin richtig Scheint so Muss da um die Kurve fahren Boah, diese Wassertropfen kommen alle auf meine Scheibe Seht ihr das? Von dem Typen da Von seinem komischen Auto Wie dieser komischen Farbe Das Auto sieht aus wie kurz grün Wie ein Frosch Vielleicht steuert es auch noch ein Frosch Wer weiß Hallo Kannst du mir eine Fahrkarte verkaufen? Natürlich Wenn du mir das Geld gibst Danke mein Lieber Okay Nächste Haltestelle Welche wird es jetzt? Nächster Halt Blaue Straße Natürlich Ich wusste es Irgendwo da hinten, oder? Und Pling 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 Ah, da sind sie ja schon Da sind sie schon Majestätisch Schön aussteigen Und nicht vergessen Regenschirm aufspannen Oh, noch eine Zwilling Schwester Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Tch Nee, nicht Ah Bist Wollten die mit? Nee Nee, die wollten nicht mit Nee, nee Wenn ich sag, die gehen nicht mit Dann gehen sie mit Nächster Halt Goethe Straße Fest Mit der Busfahrer Entschuldigung Und die nächste Haufen Leute sind da Cool Keine Keine Ich brauche eine Fahrkarte Zum Mond Zum Mond Naja Diese Party ist sowieso Mist Oh, tschüss Ja Ich kann hier keine besoffenen gebrauchen Danke Kann sich zum Mond schießen Anstatt eine Fahrkarte zum Mond Zum Mond St. Pauluskirche St. Pauluskirche Also wenn jemand beichten will Kann er aussteigen Dem ist er nicht mehr zu helfen Ah, da will jemand raussteigen Na, beichten Die Linie 2 ist es Hey, guck mal Das wird nass Nee Gar nichts wird nass Ich hatte ein Bildschirm Wird nass Bin ich die Strecke nicht letztes Mal schon weggefahren Kommt mir so begann vor Ich wollte doch eigentlich eine andere Aber egal Gehen wir dafür Geld Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich Einmal normal 2,20 6,7,8 Bisch Dafür bin ich ja da Um Fahrkarten zu verkaufen Ich bin Mr. Fahrkartenverkäufer Nächster Halt Rosengasse 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 Und da ist er auch schon Drei Leute Okay Brauchst dich winken Ich seh euch Die steigt jetzt schon ein Obwohl Die erstmal aussteigen Keiner mehr? Nein Dann können wir weiter Nächster Halt St. Martinsstraße Fest Hier abbiegen Schön Bis jetzt läuft es noch Bis jetzt Ich dachte wenn es regnet Stehen mehr Leute da Komisch Nur zwei Leute fahren mit dem Bus Hm Und wieder ein Krankenwagen Ihr nervt mich Was denn? Ist du bescheuert? Der Krankenwagen hat einen Unverwursacht von mir Soll das Der verfolgt mich Der Krankenwagen verfolgt mich Hau ab Naja ich bin ja immun gegen Krankenwägen Kann mir nichts anhaben Das ist keine Haltstelle Okay Geh rüber Nächster Halt Meisenstraße Dies ist der letzte Halt Was? Bitte vergewissern Sie sich All Ihre Habsinnigkeiten mitzunehmen Wenn Sie aus dem Bus aussteigen Das hat er gerade schon gesagt Warum sagt er es doppelt? Na wo ist sie denn? Wo ist die alte Stelle? Wo ist sie? Alte See weit weg Arsch der Welt Und rote Ampel Puh Ist ganz schön weit weg Ich hoffe ich komme in der Zeit noch an Nicht so dumm lachen da hinten Dankeschön Das ist Belästigung am Arbeitsplatz Na wird grün Komm Wird grün Grün sind alle meine Kleider So Jetzt geht's los Wir waren Kaffee trinken Und alles lief gut Dann fängt sie auf einmal an Über meine Aura zu reden Wie die Energie der Welt Mühlos um mich herumfließt Und so Aber natürlich Was ist heutzutage immer mit den Leuten los? Können Sie nicht einfach den ganzen Tag Fernsehserien anfühlen Und Pizza essen Wie normale Leute? Ah, da ist die alte Stelle Jetzt wird's Zeit Und Anhalten Prima So, schauen wir mal Hey, ich hab's geschafft Cool Und ich hab 3000 Und guten Tag Du hast jetzt Zugang zum Industriegebiet Yes Dies ist der letzte Schritt Schaffst du ihn auch Erhältst du alles Im Industriegebiet ist es tagsüber sogar ein wenig ruhiger Aber warte bis zur Hauptverkehrszeit Ach ja, nur zur Info In den Nachrichten hieß es, dass die Stadtverwaltung Neue Richtlinien zur Luftverschmutzung ausarbeitet Wir unterhalten uns Sprenger Okay Machen wir die Musik ein bisschen leiser So Das ist ein wenig zu laut Oh, ich hab noch mehr Geld gekriegt, oder wie? Ne, ist immer noch das So, Freunde Der gepflegten Busunterhaltung Wir dürfen jetzt das hier fahren Industrial District Yes Dann können wir hier mal eine Strecke erstellen Wir fangen an bei Hauptbahnhof Dann Hauptbahnhof Königstraße Dann Grabenstraße Nord Dann geht's weiter zum Stadion Und dann fahren wir weiter Zur Königstraße Ost Dann Freiheitsstraße Dann Ulmenstraße Und dann Birkenstraße Will ich sie jetzt fahren? Nein Und zwar diese neue Strecke Mit diesen ganz neuen Haltestellen Fahren wir Beim nächsten Mal Hier bei Bus Simulator 16 Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei Bis dann Tschüss Bis dann